Bereits eingebettete Videos in PowerPoint kannst du auch im Nachhinein noch kürzen und damit die Länge entsprechend anpassen. Das funktioniert allerdings nur mit Videos, die du von deinem Rechner aus eingebunden hast. Online-Videos funktioniert das Kürzen nicht. Wähle zuerst das Video per Mausklick aus. Jetzt kannst du oben per Klick das kontextbezogene Register Wiedergabe öffnen. In der Gruppe Bearbeiten klickst du auf Video kürzen und ein Dialogfenster öffnet sich. Das komplette Video wird im oberen Bereich in einer Übersicht angezeigt. Darunter findest du die dazugehörige Timeline. Die grüne Markierung markiert hier die Startzeit und die rote Markierung die Endzeit des Videos. Mit gedrückter Maustaste auf die jeweilige Markierung kannst du sie verschieben und damit die Anfangs- und Endzeit individuell anpassen. Über der Leiste wird dir in einer Video-Vorschau der exakte Moment im Video angezeigt. Du kannst auch direkt in die Timeline klicken, um zu einer bestimmten Stelle im Video zu springen. Mit einem Klick auf das Play-Symbol kannst du die Wiedergabe starten und den Stand der Markierung damit kontrollieren. Mit einem Klick auf den Vor- oder Zurück-File kannst du die blaue Wiedergabe-Markierung in kleinen Schritten verschieben. Damit lässt sich die Position für Anfang und Ende deiner Videodatei sehr genau treffen. Alternativ kannst du die Start- bzw. Endzeit auch manuell in den jeweiligen Feldern angeben. Mit einem Klick auf OK schließt sich das Dialogfenster und deine Anpassungen werden übernommen. ils�rich. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020